Ja, willkommen zum Hawken Close Beta Event. Ich bin einer der glücklichen, die ein Key abgreifen konnten. Und die anfänglichen Serverprobleme scheinen auch beseitigt. Wie man sieht, scheinen auch etliche europäische Server da zu sein. Naja, gut, das Sortieren funktioniert noch nicht. Unsere extrem viele Spieler scheinen es auch nicht zu sein. Gucken wir, wenn wir einen Server finden, wo halbwegs Leute drauf sind. Das sieht doch schon mal aus. Hm, okay. Ein Haufen Lio-Server und ein Haufen Server, die voll sind. Das Sortieren hätten sie wirklich schon mal einbauen können. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, aber gut. Das ist ein Platz frei und da will ich rauf. Kann ich aber nicht. Gut, dann joinen wir erstmal und lernen den Server oder auch nicht. What the fuck. Na gut, die haben alle einen Ping von Null. Das sagt mir wahrscheinlich schon mal was. Gucken wir mal, ob das sich irgendwo ändert. Haben alle einen Ping von Null. Das ist ja schon mal sehr schön. Und ich kann auf keinen Server connecten. What the fuck. Ja. Geht schon mal gut los. Ich kann hier auch nicht einfach mal so einen Random Server aussuchen, auf den ich raufkomme. Oh doch, jetzt hat es geklappt. Nach dem fünften Anlauf. Ja, wie ihr euch denken könnt, sind da nicht unbedingt viele feindliche Spieler. Und ich habe auch keine Ahnung, ob da noch welche kommen. Aber es geht mir erstmal rein darum, das Spiel ein bisschen zu sehen. Ich habe gehört, dass etliche Leute Performance-Probleme haben. Ich nehme jetzt hier gerade mit 39 FPS auf und es läuft eigentlich ganz flüssig, muss ich sagen. Das ist zumindest an den Bar, würde ich behaupten. Und der will sehen auch schon mal ganz schick aus. Gut, ich mache hier an der Stelle mal kurz Schluss und versuche noch einen Server zu finden, auf dem andere Spieler sind. Und ich werde mich gleich mal zurück. So, da sind wir wieder. Oh ja, du mich auch. Und jetzt scheinen wir einen Server gefunden zu haben, auf dem andere Spieler sind. Und ja, die FPS gehen so von ein wenig in den Kellern. Jetzt ist es aber gut. Ich hätte ICQ vielleicht ausmachen sollen. Sehen wir mal, was uns das hier so bringt. Also wenn es jetzt ruckelt, das ist wahrscheinlich das Performance-Problem, das etliche Leute schon berichtet haben. Okay, das war schon mal der erste Fail. Die Performance-Problem ist wirklich grausam, muss ich zugeben. Also dafür, dass es ein DirectX 9 Spiel ist, ist es wirklich, äh, hätte ich mir mehr erhofft. Warum komme ich nicht mal nach oben? Und zum Wien. Achso, na gut. Das ist... Na, ich möchte euch aber gar nicht viel voll daran, sondern ich wollte euch einfach nur etwas zeigen. Und ein Kill, wuhu. Jetzt müsste ich wissen, wie ich mich selbst repariere, da habe ich nämlich keinen Plan von. Einfach mal so los, wenn ich welche Tasten drücken, ok, jetzt weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Ja, ich habe hier die Config noch nicht wirklich angeguckt, ich bin jetzt einfach mal direkt ans Spiel und mir geht es jetzt viel mehr um die Optik und die Spielmechanik, als darum, das Spiel jetzt wirklich zu rocken. Ja, das ist schon, also die Performance ist, muss ich wirklich sagen, etwas an mir schon. Es gibt hier manche Ecken auf der Map, die anscheinend irgendwie besonders rumlässchen, zu bringen. Und wenn ich Gegner habe, wie die Performance, gleich meistens um 10, kommt das in den FPS runter. Ja. Okay. Äh, ja. Ich sollte vielleicht auch mal in die Optionen gucken und mir angucken, wie ich mich repariere. C, okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Mit V hat man anscheinend eine kleine Karte. Ja. Die Performance ist wirklich grausam. Und schon ist es wieder da. Und schon ist es wieder da. Ja, ich muss sagen, es ist schon sehr nett, aber dadurch, dass die Performance jetzt so schlecht ist, bekommt man davon nicht sonderlich. Ja. Ja. Oli, wie immer alle drei dabei sind. Oli, weiß ich, ist auch ein bisschen gewinnig. Jetzt rufen wir uns hier mal ein kleines Eckchen, wo wir uns verwerben können. Ok, man muss es gedrückt halten, das heißt, es kann auch jederzeit abgebrochen werden. Oh, shit. Alles gut. Ah, es ist ein wenig etwas hektisches Spiel. Oh, shit. Oh, shit. Man haut sich die eigenen Dings auf. Jetzt gibt es jetzt einfach ein bisschen die Übersicht. Also ich… Also auf einem Lernserver habe ich durch den 50 FPS, aber auch von 200 Spielern das Ganze schon mal ganz anders. Wie ihr seht, ich bin alleine und die FPS sind erträglich, wenn sobald die Action losgeht, ist auch die Performance immer noch. Ja gut, ich mache noch eine Runde und dann werde ich jetzt glaube ich das Wasser beenden. Weil in meiner Warte aus gesehen ist es hier mehr oder weniger unspielbar. Oh, der hat mich erwischt. Ja gut. Ihr seht selbst, es ist schon ein guter Ansatz, aber da gehört noch viel Arbeit getan. Und mal gucken was da raus wird. Die Performance ist so momentan jedenfalls für mich mehr oder weniger unspielbar und ich habe nicht gerade einen schwachen PC. Ich werde die Specs mal in die Beschreibung mit reinpacken, damit ihr sehen könnt, auf was man sich da einlässt. So, dann verbleibe ich mal mit einem netten, das war's. Tschö tschö.